EXP 3.0 bezeichnet die chlorfreie, filzfreie Ausrüstung für Wollgarne. EXP steht für X-Pollution. Mit dieser Neuheit ist es der Schöller Spinning Group aus Bregenz gelungen, ein neues Verfahren zu entwickeln, das im Vergleich zur herkömmlichen Wollausrüstung auf den Einsatz von Chlor verzichtet. Wolle kann aufgrund ihrer natürlichen Struktur in ihrem Urzustand nur bedingt in der Maschine gewaschen werden, sie würde stark verfilzen und schrumpfen. Der Schöller Spinning Group ist es gelungen, Wollgarne zu erzeugen, die keine Verschmutzung des Abwassers durch Chlor verursachen, aber allen branchenüblichen Normen entsprechen. Die Vorteile von EXP 3.0 sind klar, die hergestellte Wäsche ist ökologischer und verträglicher für die Haut. Gerade im Bereich der Funktionssportkleidung führt dies zu einem verbesserten Tragekomfort. Die Schöller Spinning Group geht davon aus, dass diese internationale Neuheit zukünftig zum Stand der Technik erklärt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017